Lieber Herr Korschig, zu Ihrem Geburtstag möchte ich Ihnen alles erdenklich Gute und vor allem viel Gesundheit wünschen. Durch Ihre offenen Art und Ihrem sonnigen Gemüt sollen Sie für Sie noch ganz viele Ihrer Träume und Wünsche erfüllen. Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen nach einem bisher so erfolgreich verlaufenden Lebensweg ein besonders viel Ausdauer- und Durchsetzungsvermögen, aber auch Zeit für Ihre Freunde, für Ihre Familie und natürlich besonders für sich selbst. Meine Zukunft haben Sie mit der Zusage des Stipendiums ja schon sehr positiv beeinflusst, wofür ich Ihnen noch mal von ganzem Herzen danken möchte. Ich werde mein Bestes in Amerika geben und hoffe nach zehn Monaten Ihnen viel von meinen Erfahrungen und Eindrücken, die ich sammeln konnte, berichten zu können. Es ist für Sie aber nicht der Tag, wo Sie in die Zukunft blicken sollten, sondern einfach den Moment auf sich wirken lassen und Gebühren feiern. Alles Liebe und beste Wünsche, Ihr Patenkind Julia Eibel